notlösung zweistufiges auszahlverfahren für em bestandsrentner ab dem 1 juli 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24 die meine damen und herren ich habe es ja nun schon in zwei videos in jüngster zeit davon berichtet was da bei der deutschen rentenversicherung los ist und welche probleme es dort gibt mit der umsetzung des em rentenbestandsverbesserungsgesetzes aus dem jahr 2022 zwei jahre zeit hatte die gesetzliche rentenversicherung um das em rentenbestandsverbesserungsgesetz und die sich daraus ergebenden oder daraus ergebende pauschalisierte zuschlags lösung bis 7,5 prozent an persönlichen entgelt punkten umzusetzen nichts wird es damit der vdk kritisiert kritisiert zu recht das fiasko bei der verwaltung der rentenversicherung das vertrauen der versicherten in die gesetzliche rentenversicherung ist aus unserer sicht wenn man sich das gesamte verfahren jetzt anguckt nachhaltig geschädigt sie wissen ich habe am 6 januar 2024 erstmals über ein mögliches problem bei der verzögerung der auszahlung der zuschlags der zuschlags entgelt punkte zum 1.7 2024 berichtet da hatte ich eine information bekommen von einem kunden der ein gespräch gehabt hat mit einer mitarbeiterin der deutschen rentenversicherung und die hat ihm das sozusagen telefonisch gesteckt ja größerer schaden wird nun durch das beherzte eingreifen des bundesministers für arbeit und soziales hubertus heil verhindert persönliche verantwortung für das desaster bei der rentenversicherung welches ja für die nicht umsetzung verantwortlich ist hat bisher noch niemand übernommen da stellt sich natürlich auch die frage für mich zum beispiel wer trägt denn jetzt eigentlich die zusätzlichen kosten die durch das neue em rentenbestands auszahl gesetz entstehen wer trägt dafür die verantwortung wer trägt dafür die haftung aber meine damen und herren das ist nur 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 so am rande letzten endes für sie ist es ja wichtig wie sieht die sogenannte notlösung im zweistufigen auszahl verfahren em rente tatsächlich aus und dazu habe ich ihnen mal eine folie gemacht damit sie das einfach auch mal verstehen was da passiert also die deutsche rentenversicherung und die träger der rentenversicherung können den zuschlag wie versprochen am ersten juli 2024 aus eigenen kräften nicht auszahlen und auch nicht berechnen und dazu gibt es auch keine entsprechenden bescheide und in der sogenannten ersten stufe wird jetzt mit dem mit dem gesetz über die auszahlung der erwerbsminderungsrenten bestands verbesserung wir nennen dieses gesetz oder diesen gesetzes entwurf dem bestands verbesserungs auszahlungs gesetz wird gibt es zwei stufen und in der ersten stufe erfolgt die berechnung des zuschlags vom ersten juli 2024 bis zum 30 november 2025 an und zwar wird der zuschlag errechnet aus dem zahlbetrag der monatlichen rente das ist also nicht die also im grundsatz nicht die brutto rente nicht also nicht immer die brutto rente auch da muss man vorsichtig sein da gibt es gleich noch ein anderes problem sondern die rente die nach abzug der kranken und pflege beiträge den meisten versicherten ausgezahlt wird also bei der erwerbsminderungsrente zum beispiel dann brutto betrag minus kranken und pflege beitrag ja und von diesem pauschal also von diesem von diesem zahlbetrag der rente wird dann pauschalisiert 7,5 prozent oder 4,5 prozent errechnet das macht der post renten service und dann wird ihnen hier dieser betrag überwiesen es erfolgt aus dem pauschalisierten zuschlags betrag kein abzug von kranken und pflege beiträge in höhe von pauschal 11,5 prozent das ist auch erst mal erfreulich die auszahlung des zuschlags erzeugt erfolgt nach dem bestandsverbesserungs und auszahlungsgesetz muss zum ablesen weil das ja alles wort ungetüme sind die erfolgen praktisch zwischen dem zehnten und zwanzigsten eines monats als zweite zahlung und nicht mit der eigentlichen rente ja das heißt also ihre ursprüngliche rente bekommen sie einmal gezahlt im monat und als zweite zahlung dann den diesen zuschlag und was auch ganz wichtig ist das hätte die auszahlung des zuschlags ab ersten sieben definitiv egal wer das gemacht hätte verhindert es erfolgt an diesem zuschlag keine einkommensanrechnung so das war sozusagen im groben und ganzen die erste stufe und jetzt kommen wir mal zu der zweiten stufe die da sozusagen geplant ist und zwar soll es dann ab dem ersten zwölften 25 also in gut anderthalb jahren dann die exakte berechnung des rentenzuschlags geben mit einem bescheid und dann auch die auszahlung als ein gesamter rentenbetrag und zwar in form einer vergleichsberechnung zwischen der im november 20 25 gezahlten rente und dem rentenzuschlag sowie der im dezember 20 25 gezahlten rente dann soll der exakte zuschlag über die persönlichen endgült punkte errechnet werden die vergleichsberechnung die in diesem sogenannten em bestandsverbesserung auszahlungsgesetz wörtlich erwähnt ist soll finanzielle einbußen bei den betroffenen verhindern und ein möglicher differenzbetrag dann noch an den betroffenen oder an den begünstigten ausgezahlt werden ob das wirklich so kommt ist noch eine völlig andere frage das kann ich ihnen heute gar nicht sagen meine damen und herren ob die rentenversicherung hier dazu dann auch tatsächlich in der lage sein wird ja meine damen und herren und jetzt tun sich aber aus meiner sicht ein paar problemchen auf und wir hatten wir haben so ein ähnliches problem auch bei der grundrente gab stellt sich nämlich die frage hat der begünstigte rentner der jahr am ersten siebten 2014 mit dem dann in kraft getretenen also mit dem dann in kraft getretenen rechtsregelungen trotz dieser notlösung aus dem em rentenbestandsverbesserung auszahlungsgesetz fürchterliches wort einen individuell einklagbaren rechtsanspruch auf diesen renten zuschlag normalerweise wenn es diese probleme nicht gegeben hätte oder geben würde hätte jeder von uns der davon profitiert von dieser regelung sind ungefähr drei millionen bestandsrentner oder hinterbliebenen rentner oder eben altersrenten die nach also die einer rente nachfolgen also drei millionen leute hätten dann normalerweise einen individuell einklagbaren rechtsanspruch auf diesen renten zuschlag also zumindest könnte man dann über prüfungsverfahren machen und prüfen lassen habe ich eigentlich einen anspruch so jetzt ist die erste frage besteht dieser anspruch tatsächlich dann also ein prüfanspruch zu diesem zeitpunkt analog den regelungen zur grundrente war ja das auch damals verhindert worden durch den gesetzgeber die haben gesagt nee das können wir so nicht machen das blockiert sozusagen dann die gesamte grundrente naja also wie gesagt da kann ich ihnen noch gar nichts dazu sagen dann die nächste frage und das wird ja im übrigen auch vom vdk in seiner stellungnahme zu diesen zu dieser formulierungshilfe des em rentenbestandsverbesserung auszahlungsgesetzes auch kritisiert können sie nachlesen auf der stellungnahme auf seite 4 des vdk vom 26.02.2024 auf dessen internetseite bitte nachlesen kann der postrenten service den avisierten auszahltermin der jetzt hier genannt worden ist 10. bis 20. eines monats tatsächlich sicherstellen denn der postrenten service braucht ja die datensätze der rentenversicherung sie müssen sich ja mal folgendes überlegen mit diesem neuen gesetz wird das gesamte auszahlverfahren und berechnungsverfahren direkt auf den postrenten service übergestülpt also für diese übergangslösung für diese notlösung das ist das eine und zum anderen dann habe ich jetzt noch ein kleines problem gefunden vielleicht ist es kein problem aber ich sehe es vielleicht so was ist denn mit den rentenempfängern die nicht in der krankenpflichtversicherung der rentner versichert pflichtversichert sind da der rentenzuschlag müsste ja dann eigentlich aus der bruttorente errechnet werden denn wir wissen ja alle diejenigen die zum beispiel privat krankenversichert sind oder die freiwillig gesetzlich in der krankenkasse versichert sind die erhalten ja oben auf dem bruttorenten betrag der auch gleichzeitig der auszahlbetrag ist noch und ob ein beitragszuschuss gezahlt was ist denn dann mit der höhe des beitragszuschuss meine damen und herren denn wenn ich nämlich einen zuschlag erhalte auf die bruttorente dann erhöht sich natürlich auch meine bruttorente logisch dann müsste sich doch auch mein beitragszuschlag mein beitragszuschuss nach paragraf 106 sgb 6 tatsächlich auch ändern ja erhöht sich meine rente erhöht sich letzten endes auch mein zuschlag wie wird das eigentlich sichergestellt dass die kunden hier nicht anderthalb jahre auf die erhöhung des zuschlages warten müssen das ist zum beispiel auch noch eine frage und last but not least meine damen und herren wie hoch ist der finanzielle aufwand der jetzt durch die beauftragung des post renten service der deutschen post entsteht wer haftet eigentlich für die kosten wer trägt die zusätzlichen kosten die nach dem neuen gesetzes entwurf dem post renten service entsteht ich glaube nicht dass der post renten service das hier für jux und dudel da macht sondern die wollen schlicht und ergreifend kohle haben also meine damen und herren das sind alles noch fragen die sozusagen am rande noch für mich offen sind völlig offen sind ich kann ihnen wirklich nur von ganzem herzen wünschen und hoffen dass sie wirklich ab dem 1.07.2024 diesen zuschlag vom post renten service als notlösung erstmal auch überwiesen bekommen das wünsche ich mir wirklich für sie ich habe da aber ein bisschen meine leisenden zweifel der vdk kritisiert in seiner stellungnahme am 26.2024 zu diesem auszahlungsgesetz unter anderem ich möchte es fast wörtlich zitieren dass die deutsche rentenversicherung bund nicht über eine ausreichende technische organisatorische und personelle ausstattung verfügt um den ursprünglichen auftrag zu erfüllen den zuschlag auf basis der persönlichen entgelt punkte zu berechnen und jetzt kommt noch die notwendigen berechnungen für die übergangslösung durchzuführen siehe seite 4 der stellungnahme des vdk vom 26.2024 das ist doch wohl eine offenbarung wenn das wirklich so eintreten sollte wie der vdk hier in seiner stellungnahme preis gibt also noch mal noch die notwendigen berechnungen für die übergangslösung durchzuführen der vdk stellt hier in dieser aussage auch in zweifel dass die deutsche rentenversicherung bund in der lage ist diese entsprechenden berechnungen für die übergangslösung dem postrenten service zur verfügung zu stellen weil sie diese berechnungen gar nicht anstellen können meine damen und herren ich kann wirklich nur hoffen dass das alles so nicht eintritt aber wenn es so eintreten sollte habe ich nur mal pro forma darauf hingewiesen auf das problem ich hoffe und wünsche dass sie alle schnell und ohne probleme ihr geld auf was sie schon seit zwei jahren jetzt warten dann auch tatsächlich bekommen denn jeder cent mehr rente den sie bekommen dürfen ist natürlich auch gut für ihr portemonnaie ist auch gut für die allgemeine anerkennung ja und hört dann vielleicht auch die diskussion ein bisschen auf dass die em renten sozusagen hier immer so schlecht bewertet worden sind ja meine damen und herren das soll es gewesen sein näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de wenn ihnen das video gefallen hat dann einfach daumen hoch ansonsten schreiben sie die kommentare rein es tut mir leid wir können leider aufgrund der vielzahl der telefonanrufe die wir zu diesen problemen jetzt bekommen keine fragen beantworten auch mails können wir kaum noch beantworten wir kriegen wirklich massen an mails rein und deshalb versuche ich sozusagen die informationen ein bisschen gerafter zu machen und ich hoffe es bringt ihnen letzten endes was ich wünsche ihnen rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel aus